ja herzlich willkommen auf meinem kanal zeppiswelt und ja das ist mal ein etwas besonderes video was ich spontan mache heute denn ich habe gerade gesehen wir haben die 30 abonnenten geknackt das ist vielleicht für mich viele nicht viel für mich ist das schon viel denn als ich vor sieben monaten zirka angefangen habe ja da kam es mir vor wie eine ewigkeit bis man mal zehn abonnenten habe jetzt habe ich mittlerweile 30 und ich hoffe dass ich noch mehr bekomme ich weiß abonnenten sind nicht wirklich wichtig jedenfalls in der heutigen zeit nicht aber das gefühl dass es mehr leute gibt die man abonnenten abonnenten herzlichen glückwunsch nein hier wird nichts geschnitten meinen kanal abonnieren genau macht einfach jemanden motivierter noch mehr videos zu drehen wie ihr seht habe ich viele verschiedene videos zu verschiedenen themen ja ihr kennt ja den slogan gaming blaulicht und mehr und dem will ich auch eigentlich treu bleiben ich habe ja hier so meine schwerpunkte und eigentlich habe ich gedacht guckst du mal was die leute so davon am meisten mögen und ja zur aktuellen lage gibt es halt zu sagen ich würde auch gerne noch ein bisschen mehr gaming einbauen weil es macht einfach spaß spiele zu spielen und den gleichzeitig hier online zu stellen und euch damit auch ein wenig den tag zu versüßen ich kann das ja selber wenn ich von der arbeit komme oder wenn ich wenn ich mittag esse oder irgendwas mache ja dann schaue ich mir gerne wie ihr youtube video an und guck mir dafür nicht irgend so ein schrott im fernsehen an sondern hier so ein youtube video macht viel mehr spaß so kann man die leute unterstützen das ist viel persönlicher und viel viel hat hat gesunden content ja nicht so ein kram der im fernsehen läuft deswegen ja denke ich mir einfach mach mal einfach mal ein paar videos und ja es gibt halt nicht nur gaming hier gibt natürlich auch mein schwerpunkt modellbau ja das ist einer meiner großen hobbys habt ihr schon gemerkt und da möchte ich euch auch weiterhin teil dran haben wenn ihr lust habt es ist nur unglaublich schwer das ganze dann zusammenzufügen man muss hier viel schneiden man muss hier viel ja mit mit dem pc mit dem programm arbeiten man muss hier diese vorschaubildchen erstellen da habe ich ja auch in den letzten sieben monaten viel zu gelernt hier auch von dem kanal übrigens so geht youtube grüße gehen raus an jan ja falls er das sieht oder auch nicht egal das kann ich euch nur empfehlen das ist ein guter kanal den habe ich auch mal hier oben in der ecke verlinkt hier rechts oben wenn es dann funktioniert ich hoffe dass das funktioniert ja die sache ist wo die reise hingeht weiß ich nicht ich wollte jetzt erstmal so aufgestellt bleiben also so ein bisschen durcheinander mal landschaftstimulator weil ich denn auch hin und wieder gerne spiele jetzt neu dazu gekommen ist notruf 112 aber das ist noch nicht so ganz rund was da so am spiel zum gaming ist zum spielen ist da muss noch einiges gefixt werden im spiel deswegen werden wir da vielleicht noch mal in zukunft irgendwann ein video machen emergency habe ich ja auch wieder lust drauf allerdings habe ich das problem ist emergency halt immer abstürzt ja ich würde gerne weiterspielen und geht aber momentan nicht ich weiß den fehler nicht was da ist das ist auch unglaublich für mich schwer diesen mod habe ich wahrscheinlich falsch eingebunden wuppertal als auch bieberfelde next generation sind klasse mods spiele ich echt gerne nur allerdings immer eine halbe stunde dann kacken die dinge ab warum das liegt ist nur zu vermuten da bräuchte ich vielleicht irgendjemanden mit dem ich da mal texten kann der mehr da irgendwie weiterhelfen kann ja dann gibt es ja hier auch nur hier unten genau ich hatte mal far cry 5 da habe ich aber alles abgeschlossen bald soll auf 6 rauskommen ich glaube aber erst ende des jahres das will ich auf jeden fall mal anzucken macht auf jeden fall richtig spock das spiel und ja ich würde auch gerne noch mal ein bisschen kettel den kopf spielen da ist es auch vor kurzem das neue boden update rausgekommen ich habe gemerkt dass die aufnahme der pc spiele jetzt wohl doch besser ist wohl auch noch nicht hundertprozentig was ich da noch genau einstellen muss weiß ich ehrlich gesagt selber nicht und wie ich das hingekriegt habe weiß ich auch nicht ganz genau ja ich mir fehlt so ein bisschen der feedback von der community dass die mal vielleicht sagen hier leute dass jemand vielleicht sagt so hier das ist gut das ist nicht so gut mach mal das mach mal dies hier stellen wir da was rum ja ist ein bisschen schwierig also ich meine ja gut die community steht jetzt vielleicht aus 30 leuten ist jetzt nicht wirklich der hit ja aber ich hoffe ja dass die community wächst und dass man da vielleicht ein bisschen feedback kriegt ich finde es eigentlich auch schade dass keine kommentare unter den videos ist ihr dürft ihr offen sein für kritik da ist kein problem da werde ich mich danach richten ihr könnt auch gerne fragen stellen in den modellbau videos wenn ihr bock habt oder oder zu anderen videos ich gehe gerne darauf ein ich warte ja nur dazu rauf ja das ist immer so lang dann guckst auf youtube und guckst oben rechts und denkst immer noch keiner geschrieben ja ein schade eigentlich ist das schade aber gut ist ja kein zwang ja was gibt es denn sonst noch zu sagen also das ist ja sie so die zukunft ich werde wahrscheinlich so weitermachen wie bisher jetzt mal mehr im moment weil wie gesagt urlaubszeit ich denke aber ab april wird es dann wieder weniger werden wieder so ein video die woche da habe ich dann weniger zeit denn ja wir haben ja auch alle noch eigentlich einen job ja die meisten jedenfalls ja ich hatte auch überlegt irgendwie noch mal ein bisschen video vom 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 garten reinzupacken aber so gartenarbeit ist jetzt nicht so interessant ja ja ich habe mal ein video wo habe ich das hier unten kompost wie ich meinen kompost liebe ich könnte natürlich auch noch zeigen wie ich meinen rasen mähe ich habe heute zum beispiel das erste mal rasen gemäht heute war schönes wetter aber gut blaulicht videos hatte ich auch mal online gestellt das waren jetzt ein paar ältere ja ich habe im moment kein content vorhanden also ich habe keine videos wo es blaulichtfahrzeuge gibt vielleicht ab und zu mal in tik tok setze ich ein paar rein so ein paar blaulichtfahrten aber ich finde es dann blödsinnig die in tik tok reinzusetzen und gleichzeitig hier reinzusetzen und ja es ist es ist schwierig vielleicht hat auch eine oder andere noch mal ein bisschen bock hier zeppi auf der baustelle könnte ich auch noch mal irgendwie ein video machen aber das kam jetzt auch nicht so wirklich an ich weiß es nicht also mir fehlt so ein bisschen der feedback was die leute möchten was nicht deswegen mache ich einfach das wozu ich bock habe und ja keine ahnung deswegen habe ich mir jetzt überlegt ich versuche es mal mit einer abstimmung ich werde jetzt oben rechts eine abstimmung einbauen bzw ja irgendwie werde ich hier einbauen oder unten links oder keine ahnung müsst ihr mal gucken hier wo diese infoplättchen sind da werde ich jetzt mal eine abstimmung einbauen da könnt ihr ja gerne abstimmen worauf ihr bock habt was ich weiter machen soll was ich nicht weiter machen soll dann kann dann weiß ich wenigstens wo es wo es hingeht wo die reise hingeht ja also ich meine ich habe selber meinen kopf so aber natürlich gehe ich auch gerne auf vorschläge ein oder mal wieder ein live video wenn ihr bock habt ein live video zu machen dann mache ich auch gerne mal ein live video allerdings ist die kamera qualität vom live halt ziemlich miserabel da müsste ich mir dann noch mal eine andere kamera anschaffen ich habe jetzt eine extra pc cam gekauft die war aber jetzt nicht makro fähig das heißt die musst du mit weitem abstand irgendwo hinstellen ist auch alles blöd ja kein wunder die kostet nur 20 euro ja hätte ich vielleicht mal was mehr investieren sollen aber man lernt ja nie aus ja also ihr seht es wird langsam hier und ja das ist jetzt mein sozusagen 30 abos special 30 abonnenten special was ich jetzt hier gerade mache und um euch ein bisschen aufzuklären was jetzt neues gibt was wie es weitergeht und ja euch mit mit euch in kontakt zu treten und wenn ihr bock habt dann schreibt doch gerne auch was unter dieses video oder lasst es sein oder weiß ich nicht gibt einen daumen pusht mich keine ahnung also vielleicht haben wir ja schon in ja ich glaube jetzt nicht dass es noch mal sieben monate dauert bis ich 60 abonnenten habe aber ja wir gucken einfach mal wo die reise hingeht gerne könnt ihr auch auf instagram folgen auf tik tok facebook habe ich noch nicht also jedenfalls nicht für mich für diese seite sondern nur privat soll auch erstmal so bleiben ja keine ahnung also bisher läuft ja alles rund hier es läuft halt nur schleppend aber gut das ist wohl immer so und mehr kann ich dazu immer mehr auch nicht sagen gut das war es jetzt erstmal dann würde ich euch noch viel spaß und schaut immer rein und haltet die ohren steif und ja wisst ihr bescheid ne bis das nächste mal wenn wir uns wiedersehen in irgendeinem gaming video oder in einem modell pro video bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.